heute zeigen ich und Adam euch das Lemieux CC Cotton Square Pad. Es hat einen super Schwanenhals hier, das heißt es passt sich optimal dem Widerriss an, so hat man keinen Druck wenn der Sattel drauf ist. Kurze Verbindungsstücke die man am Sattel befestigen kann, easy. Außerdem haben wir eine Verstärkung hier für die Gurtstrippen. Wir können die Gurtstrippen einzeln befestigen oder im Ganzen. Das Cotton Pad ist bestickbar, wie man hier sehen kann, auch mit euren eigenen Logos, wie wir das hier haben. Außerdem hat es die Bamboo Lining, was super den Schweiß abtransportiert und unheimlich gut für das Fell vom Pferd ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.